Starker Tourismus! Da haben wir alle was davon. Besonders kleine, feine Orte wie unser Bad Selzelmen bekommen Aufmerksamkeit. Wir trumpfen hier mit unseren Traditionen. Und wenn man es richtig macht, hat das Reiz für viele. Von unseren eigenen kleinen bis zur Reisegruppe. Wir wollen die Neue und die Neue. Wir wollen die Neue. Lass uns die Neue. Die Neue und die Neue. Eine Reise und die Neue. Vielen Dank.